Dieser schicke Ford Grand C-Max EcoBoost in Trendausstattung könnt ihr schon bald vor ihrer Tür stellen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der EcoBoost Benzinmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren hinten erleichtern den Einstieg. Auf den verschiebbaren Rücksitzen finden insgesamt drei Personen Platz. Und denken sie auch an ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Fahrersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns übrigens dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Grand C-Max schützt sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync 1. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem eleganten und dennoch so praktischen Ford Grand C-Max Trend und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.